Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich würde sagen. Krass. Er ist mehr Maschine als Mensch. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen. Und dann passierte das Unverstellbare. Du sahst dein Dad, deine Mom fickt. Und ab da musstest du mit dem Trauber leben, dass du, weil du dein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Schon wieder dieser Arsch. Tut mir echt leid. Mann. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter fickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Oh, das Wort Alarm. 100 Wands Alarm. Ja, ich hab Leute. Alarm. Alarm. Du mit Wands Alarm. Hier, Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Pals. Was haben sie diesmal getan? Komm schnell zur Main Street, beheilt euch. Wir kommen. Kuhn. Ende. Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach. Jawohl. Oh, Kräfte werden nicht verliert. Smartphone. Smartphone. Du hast vier Plätze für Kräfte zur Verfügung. Nur zur Erinnerung, um die Kräfte zu bilden, die ersetzt werden sollen. Und drücke dann A. Entschuldigung. Achso, wir können jetzt Kräfte ersetzen. Ja, wir nehmen die drei, auf jeden Fall. Dreifach-Bordos. Er macht vierundzwanzig. Er macht vierundzwanzig, aber bei viel mehr. Aber ich weiß nicht, wie oft Gegner hinter uns oder neben uns, wohl neben uns, doch relativ oft. Diese Welle, die würde ich gerne... Die ist mit Rückstoß, die würde ich gerne lassen. Den Plasmastrahl eigentlich auch. Ein Grottenschlecht-Diet, um Gegner vorzuziehen. Er hält einen Block und macht den Gegner wüten. Er macht keinen Schaden. Paradee in Käfiger. Ja. Das heißt, man geht mir inzwischen um die Gegner, dem einen medizinischen Schlagzeug, dann Schaden zurückstoßen und so. Ach genau, das kriegen die anderen auch. Schaden. Das nehmen wir mal. Gut. So, dann bin ich auch verwirrt. Ja, vor allem den nächtigen Kuhn. Nicht trödeln, Wunderarsch. Ja, ja. Warte, du bist. Kuhne Fünster nahmen. Alle Kuhne Fünster haben. Ihr lang, Wunderarsch. Richtung Bushaltestelle. Ja. Kuhn. Was ist jetzt? Mein Kuhn sind dröhnt. Die Frieden-Pers sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Ja, hier lang. Zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ja. Ja, verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch. Und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Kommt mir vor, als würde ich schon dran... Nicht da lang, Hauptstraße. Die Freedom Tales sind auf der Hauptstraße. Und wir nicht, weil... Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Tweak? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Kuhn & Friends verlassen hab. Ich mag Kuhn & Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wunder Tweak vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Und die ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese Scheiß-Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Was für ein Wichser? Kümmern euch um diese Arschkrampe. Jetzt riebe die Fuhi dann, Paul. Aber ich will nicht gegen Mistkerl und Kämpfe. Ich will mit ihm kämpfen. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich. Ich tanze nicht alleine. Ja, sonst boxen. Ich nehm meine Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier heiß. Ach, dieser Scheißwissen. Ich bin hier heiß. Okay. Vielleicht sollte man, was nicht der und kann. Ich bin hier heißen. 170. 310. 150. Danach tauchen wir mit ihm Platz. Mach ich mal. Ich bin hier. Schika in Fetten. Denkst du, dass das Leben nicht für deine Arschigkeit bestraft? Nein. Wunderlich. Ja. Lahm. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm-Arsch aller Zeiten. Das war auch lahm. Nein. Dann machen wir den Blitzschwaden auf ihn. Ich mach nur. Au! Wick ist verletzt? Überraschung! Uah! Ich bin drin? Okay. Okay. Na, ziehen wir uns mal ran. Dann können wir weiter hin und blieben werden. Hallo! Wieder dabei! Hier kommt ein Tod. Scheiße gelaufen, Neuer. Otto! Oh mein! Oder bei der Straße hier, scheiß Belgier! Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch! Okay! Wer ist es? Supercray! Soooo... Soooo... Wir kennen nur ihn, dann greifen. So, wir verlangsamt ihn gleich mal. So sieht's aus, Pichana-Faus. Ziel erfasst! Moskito erfasst. Nein! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft. Nein! Macht euch bereit für meine erntötende Summen! Ja, das war's. Oh, das war's. Die zwei. Oder auch die zwei. Ich dachte, mach mal lieber die. Hör auf! Ich bin Wunderfliegt, Verpflichter der Gerechtigkeit! Jein, ihr werdet euch verwirbeln, Freedom Hells! So, äh... Ich hab die Gäste an mir, äh... Einbegift. Wunderfliegt. Wunderfliegt. Wiederbelebt. Dass ich's sehen will. Mittwoch mehr. Wofem Moses dabei, der alle braucht Günder, die man nicht mehr braucht. Nee, das braucht mir ja nicht. Das ist das nicht mehr. Wunderfliegt. Und zwei Wunder... Das war mittlerer Menge. Wir sind der Gerechtigkeit! Wunderfliegt. Die Übergelegenheit? Nein! Wir wollen hier! Scheiße! Hier kommt Mysterio! Angriff auf dem Hinterhalt! Nein! Wolle es nicht so praktisch, dass wir jetzt geschützt wurden? Ja, oder? Ja, oder? Oh, das ist ja... Ja, oder? Witz bei ihm aus, wie wir denn? Ja, da ist die Überdeckung. Ja, da ist die Überdeckung. Da ist die Überdeckung. Ja, da ist die Überdeckung, du hast die Überdeckung. Wird er nicht mal hier so Weg stellen, oder? Er hat einen Kopf gemacht, geht noch nie gut. Er hat gerade in seine Dose gekotzt. Er ist schon angewiedert. Er ist schon angewiedert. Er ist schon angewiedert. Er hat nicht rausgefunden, wie es geht. Kranke, scheiße, Alter! Du kämpfst auf der falschen Seite! Er ist schon angewiedert. Er wird dann noch Super-Quest-Ein-Kite. Dann machen wir das. Ja, pack die Kanäle aus! Darauf trinke ich! Für die Jungen-Kite gibt er jetzt den Blatt-Gas. Und tschüss! Noch ein Gegner am Boden! Jetzt bist du dran! Jetzt bist du dran! Tupo-Fair und so. Oh, gut. Kannst du ihn immer noch nicht bewegen? Führe Gefechtsprotokolle aus! Tupo-Tornado aktiv! Nicht mit mir, Freundchen! Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken! Das lag falsch! Alter, muss nicht durch. Er kann direkt eingreifen. Was ist los? Alle drei! Geil! Überleg dir gut, was du tust! Das war's! Und tschüss! Und tschüss! Kumpf ganz nach meinem Geschmack! Tunecent! Die Dichtung ist weicher vor! Geistiges Auge! Was Fanfiction mit Super-Quake-O-Monotory! Für zwanzig Cent! Auf der Arbeit neuer allmählich hast du den Dreh aus? Warte mal, was ist mit Korn? Oh scheiße, schnell! Hä? Korn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen? Er hat total mein Gehirn vergewaltigt! Alles okay? Nein wirklich, Leute! Er hat meinen Kopf total zerfickt! Wir haben gekämpft, aber seine Psycho-Kräfte sind zu stark! Also war alles umsonst? Nicht ganz! Ich hab hier mis Handy! Wirklich? Ganz bestimmt ist darauf eine Spur! Bringen wir es zur Basis! Super-Quake kann das analysieren! Super-Quake! So meine Freunde! Nach diesem glorreichen Kampf verabschiede ich mich auch erstmal von dieser Aufnahme! Und ich vermute mal, wir sehen uns morgen nicht! Aber am Samstag morgen auf jeden Fall wieder! Good luck! Have fun! Auf YouTube! Bis gleich! Im Stream! Bis Samstag! Bye! Bis zum nächsten Mal! Ich habe bereits gesagt, dual-classiertes. Ich habe nichts mehr zu reden. Tentman! Do nicht gib mir die Sad Puppy-Eyes! Du wirst nicht mehr drei Klasse! Ja-ja! Ich habe 20,000 Dollar für Sie zu beheren. Aber ich brauche nur ein paar Hundert für das. So, wissen Sie was ich mit dem Rest? Geht zu Paris und gete ein Penal-Ehansment und f*** French-Jicks? Super-Craig! Cut! Das ist alles gut! Deine